Ja mal wieder eine Scar besitzen. Das letzte Mal, wo ich eine Scar hatte, konnte ich sie noch nicht mehr so nutzen. Aber das war ein schöner Peak der eine, oder? Was für... Wie fahre ist das denn? Sollen wir mal wieder Brücke gehen? Naja, ich hab Bock auf das andere. Weißt du, was lustig ist? Immer wenn wir Brücke gehen, kriegen wir mehr Kills, dann haben wir einen Zelt aufgehoben. Wir überleben sogar. Ja, okay, dann gehen wir halt Dings. Oh ja, weißt du, das Problem ist, man findet da so guten Loots. Hat mein Stream... Ja, mein Stream hat gestartet. Ich muss kurz überlegen, welcher Song das ist. Oh, das ist so. Warte, ich... Achso, warte. Warte, ich muss kurz überlegen, welcher Song das ist. Hä, ich bin zu dumm, um den Tanz zu erkennen. Welchen Tanz? Den, 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 den... Ah, Flatterf, so. Komm mal her. Hast du den? Nö, komm mal her. Ich mag den Tanz voll. Aber der Roboter ist auch noch gelb, der. Einer deiner Breakdance. Mach mit. Ja, ich auch. Ich klatsche für dich, Timo. Ich klatsche für dich. Und wir können direkt raus, das ist doch perfekt. Naja. Hey, hast du gedacht, wo ich mich nicht mehr bewegt habe? Weshalb bewegt sich das schon nichts? Nein, du bist bei mir zurückgelaufen, habe ich gedacht, Leute. Und du hast auch keine Wand mehr gebaut, da kamen die genauer Raketenstuhl auf sich zu. Ich weiß. Ey, lass nächstes Runde mal Gefängnis gehen auf dem Punkt London. Jo, komm mal. Wo sind eigentlich die anderen Punkte? Ich weiß, dass es da einer ist, wie sie es ist. Also, also ich sind zwei. Warte, ich fliege jetzt hierhin, weil die Atmen geht ja auch. Ich setz drei Spon oder Punkte, sage ich mal. Nächste Runde zeige ich, dass die Schatzkarte bestmobiege. Ja. Wollten wir nicht mehr, aber nicht mehr zu tun. Äh, ist egal. Ich finde, ich fühle mich übelst geil, dass diese Spitze sich einfach öffnet. Welche? Die Roboter-Spitzhacke. Die öffnet sich einfach manchmal. Die Kralle. Muss man da zeigen, welche du hast. Hä, diese Roboter-Spitzhacke. Die epische. Achso, die epische, ja. Die Jungsgeile, die dreht sich, macht manchmal ihre Klauen auf. Ich finde, meine, die blaue finde ich auch voll nice. Ja, die geht auch eigentlich voll klar, mit der habe ich gerne gespürt. Der Sound von der ist auch cool. Aber wenn man hier, der Sound von der hier, wenn man die raus holt, ist auch übelst geil. Ja, du siehst dir, ob man gefallen, wenn ich gute Gegner habe, wie ich bauen würde, können, oder? Hm. Wie bei dieser Disco-Frau. Findest du mich gut, die bauen, oder? Wie findest du mich? Das ist mal so, weißt du, das ist, äh, manchmal hat man halt Skills, so manchmal halt nicht. Ich hab auch immer Skills. Lol, ey, bist du mit Maschinenfistole gut? Äh, diese Grüne, da die Au-pair. Ja. Ja, kannst du mir geben. Ich hab sie nämlich gerade gefunden. Das ist so. Äh, ich bin wieder von Igel, ey, die Fahrt. Willst du ab? Äh, Mini und ein Schildrank von mir? Äh, den Schildrank können ich einfach nur nehmen. Okay. Ich tu ein Mini weg, weil dann habe ich die Granatwürfer. Schau mal bitte mal stream. Ich sag, ja, komm mal her zu mir. Ja, komm mal, ich kann nicht in meinen Stream schauen. Ja, dann komm mal her. Schau mal ganz kurz. Ich guck mal hier bei den Backstein-Dingern. Alles klar, wie ich, gar, ich gehe das so normal lang, gell? Denk mir nichts Böses, auf einmal bagge ich im Boden ran, ich komme mich nicht mehr bewegen. Alter, was willst du das an Igel, bitte von mir? Hast du eine Dame? Ja, hätte ich es gehabt. Also wir können nochmal rumgehen und dann holen. Nein, ich brauche nichts. Hier, schau mal, was hier ist. Medi-Kit und... Kannst du Verbände nehmen? Ja. Ja, dann gibt mir das Media und ich, ähm, die gibt dir Verbände. Ich kann aber auch Medis nehmen. Ja, du nimmst das. Ey, äh, ich bräuchte mal so eine... Pistol-Money. Pistol-Money. Ja, ich kann auch noch kommen. Ja, ich... Ah, Alter, ich wusste... Ich habe ihn genau gehört, Alter, ich habe es genau gehört. Ja, es ist neu. Ich habe es gehört, das wäre es gut. Ja, er warte, er ist so low. Ich los, guck ihn, mit Dingens. Okay. Es ist ein Haus. Hab ihn! Ich muss den Finishing auch. Nice. Yes, ich habe die Quest erfüllt. Kannst du mir... Alter, komm, wer? Ich hole den. Oh. Kannst du mir Pistol-Money geben für meine Tech? Äh, ja, aber... Ich hab's jetzt keine... Halt, ich hab's schon einer, aber nur für mich nicht. Nö. Aber hinten, da liegt, äh, da warte, komm mit. Oben im Dach oben liegt einer. Ey, da hat sich einer an der Base gebaut. Oh. Da gerade direkt vor uns. Echt's? Ah. Ich hab's schon mal... Ich hab's schon mal gesehen, wie schnell der mich eigentlich nicht gedauert hat. Ey, Nigel, ähm, ich bin übel. Mir die Boogie-Bumme schmeißt. Neue, Junge, die Hecken! Ich kann nicht bauen, halt. So lächerlich. Ach so, rein ist's aus. Der eine ist long, der hat richtig getätigt. Der schwarze Ritter? Ja. Okay. Der hat kein Schild meiner schwarzen Ritter. Nö, ich bin richtig low. Du hast ein Medi, gell? Ja, hab ich. Ich hab auch ein... Äh, Natsche darf ich noch mit spielen? Ja, klar. Ein anderer Freund. Ähm... Sag mal bitte, die hat eine Pumke und eine Grüne oder so. Äh, Märes, jetzt lieber nicht. Ich hab grad echt Bock auf du. Also, bitte später Märes. Aber ich hab' überhaupt keinen Bock auf Team, ne? Äh, ist nicht. Auch nicht. Hier liegt nur der Sanigle. Echt? Hier ist eine Pumke, eine Grüne. Hier? Oh, schön. Kannst du Verbände nehmen? Äh, ja. Brauchst du nicht mal? Äh, ja. Brauchst du nicht mal? Ich brauchst du nicht. Wie vieler? Ja, echt gezogen hat. Fählen die Party. Ähm, nö. Nö. Ich hab' auch einen Jump-It. Perfekt. Aber brauchen wir nicht. Nicht, nö. Können die auch ein Dach erfüllt mit dem Cross-Bow? Du hast auch ein Dach nette mitgenommen, ne? Was hab ich? Nee, hast eh nicht mitgenommen auf dem Dach, ne? Oder? Nein, aber ich hab' noch eins. So. Äh. 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 Scheiße, ich krieg' vielleicht zwei Schaden oder so. Nein, 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 nein. Du halttest in die Person aber von hinten. Uh! Nö. Aber z.B. Oh, sok finanziplin! Ich kann nicht bauen, Alter, dieser Baubuck! ... die sind nol, die sind low…. natürlich überlebt noch ein bisschen ja ich überlebe da der wächse slow ich bekomme one shots ich gebe den headshot er kann sie sie kassieren beide so heftig und leben immer noch du bist du in leidchen da ist nicht da dort mal bereit auf du bist bei mensch da ja wird bereit ist jetzt weg du bist weg ich bin ich sehe dich aber ja nämlich sie ist so egal was war bitte die gruppe wenn ich das sehe bist du nicht da du hast du ein deutsches jetzt ja ich hatte diesen baukopf als er zwei gedrückt zu bauen aber er baut nächste musste er zwei spämen ich halte eigentlich immer gedrückt wenn ich dich voll spämen was nicht weil die stürmer nach links zu nervig weil da kannst du so unkontrolliert bauen das ist scheiße ja außer ich bin außer ich bin ein fein wo ich mit meinem gegner palästin himmel ich komme mal zu dir wo ich habe meine wollen wir kommen mal zu mir die jetzt macht kein für 60 okay pass auf dieses mal gehen wir wohnen nein du bist du bezeichnungen da muss ich ja genau damit ja und ich erst nubi und dann dahin mit dem waffen haben ja und das dann einfach schnell rausgehen ja dann gehen wir snubi oder wir landen auf dem berg ja ich glaube ich lande aufs berg ich gehe auf den ersten wo ist das tanzen das tanzen das tanzen ja es soll zu mir kommen kommt man zu mir ich bin ich schon unten wo die stelle ist kommst du ja die ist richtig alt die habe ich schon gesagt ja das ist ja vom letzten meiner blaue technik einer von den typen töten oder wissen wir es sind lange waren auf andere seite ich gehe aus zur tankstelle ist so länger wir nutzen umso länger wir warten haben wir alles naja und erwarte ich will hier nur kurz dort 30 sekunden ja da gehe ich schon mal fließend da ist der shotgun für dich ja ich will die ich sehe gegner ich habe da geschaut gott dann geht es wird ja aber der ist weit entfernt ja dann geht es da oben haben wir noch was mit ich habe zu bekommen seit sie mir das auch zu kacke er gibt mir ja ich weiß ein verdammtes kekse das war ja meine scope da er ich habe mich so für mich auch natürlich das service hast du eher schuss und granat war vermuten und hast du ja schluss ich habe nur 30 und shotgun 10 schuss das glaubt mir keine so ich hab sie mir aber verdient ja aber die schilder überlebt gegen zwei gegner gar nicht lag oder so überhaupt nicht lang ich auch ich habe ein schild dran den gar nicht mehr ich werde mir aber richtig können würde mir nicht ich bin mir ich hab keinen platz kommen lasst fußball spielen die gern muskete kannst du haben und ich habe es mal habe es glaubt er ist besser der ist wirklich gut grün grün und blau blau auf grün blau pink blau grün minis und hier liegen noch minis drinnen so eine schande ich nehme die dann gleich mit ok nun in den kisten vergessen so richtig mini stecken doch nehmen ist die mini stecken ich bin ich auch ich auch kommen dann nimmst du verwendet ja dann nimmst du verwendet ich minis kommt aber ich spiel gerne mehr mit minis wollen ja ich auch hier ist nicht nur für den kunst mit nein kommt wenn ich will das sogar nicht ich brauchen ja ich kann sich ja dann hat ja jeder genug weil da kann jeder sich im kampf feiern und die haben ja sowieso raus und die gegner medica und kannst du das nehmen nein ja warte dann nimmst du die minis kommen ja hier ja nämlich aber es geht sogar genau in der zone perfekt schau hier bei ist oben aber das war so richtig schön alles abkamen schau mal schau mal her zu mir war ganz kurz ich fahre man hier jetzt alles komm du musst mit fahren ja schon ich habe hier mal mega loll gebaut die haben uns alle in ruhe gelassen und noch mal loll bauen nein kommt ja muss alle in ruhe gelassen weil wir dann gebaut haben und in diesem loll ist dann unsere base kannst du auch ja aber wie geht doch komm hast du sie ja erst gequittet da ist noch ein anderer doch ein anderer ich weiß ich habe mich versteckt er hatte eine epische ich habe auch eine epische hast du granaten und ich habe sie zu schuss sitzen die aber der sollte was haben ich arbeite und liegt doch ludkommit sonst kann ich eigentlich nichts obwohl doch ein was der medis gibt man ja auch genau einen einbruch habe ich zwei medis ich habe einfach 400 schuss für das zwar wie flyer 482 also ich habe nur 200 und 300 am kann habe ich 244 40 und 200 100 aber selber gut bräuchte ich habe nur 225 25 er und schaut dann kann es mir auch gleich alles geben ja weil ich habe 44 er 25 und 244 shop und 200 226 er so gibst du nicht eben noch das 200 ja es war versehen gibt jetzt ja und snapper was hier meine baseball auf den berg da schon warten wir doch erst mal auf die zone ich weiß aber ich will da wollen nur darüber gehen er baut sich eine eigene aber direkt dem einander anders ja ja komm das und riesen dann kommt das wäre perfekt ich war das war perfekt weil dann sind wir in der mitte und dann werden wir nur gesendwiched weißt wenn wir genau in der mitte sind werden wir nur gesendwiched brauchst aber noch ein bisschen welcher fettigkeit spielst du so ich bin auf 6 kann gut bearbeiten oder warte mal wie wäre es einfach wenn wir so hier machen stimmt weil dann kann ich auch so geil pieken show ja ok von deiner seite irgendwo klatsch kann es nur von deiner seite so knapp kann nicht bekommen als habe ich auch an den anderen getötet 232 meter es ist dann wirklich so alleine glaube ich weil das warten wir sind doch nicht in der zung ist das abtrag doch dann lass mal der baum kaputt schießen so er muss hinten raus gewandt sein hm hm oder er looted weiterhin da ist eine kiste auf 210 auf den berg siehst du sie wo ist der typ man dann guck mal der ist in der zone doch nicht hä er loot er loot gleich neben uns kann das sein dass wir sie alle getötet haben nein der renter der renter lass mich lass mich fast wieder wie das aussieht alter er hat irgendwas oben auf den kopf ja ja dumm aus warte lass mal der baum da vor uns wir könnten auch mit japan stelle er ist in der tankstelle erst mal warten ich hab dir gesagt wir sollen im fliegen bauen ja war dabei ist da gerade ein loot job am land und das ist auch ein loot job da ist ein loot job ja unter uns auch er will den deswegen ist er hier ja ich mach den auf mal gucken ich schaue mal bei denen bei der tansche und zwar so klar hier liegt es läuft nicht doch posten sticht stimmt und hier vorne ist noch ein loot job der mache ich mal wieder aufkommen zu haben jo ich bin mir noch kurz hier kriegst du sowieso noch was sogar zwei aber ich kann nur eine nehmen und noch ein raketenwerfer soll ich oder du ich kann gerne da muss aber kein doppel da muss ich mir wieder der raketschuss geben wie viel hast du 5 ja dann habe ich granatwerfen durch raketenwerfer ist gut das auf luxus bauen ja natürlich warte das noch ein loot job ich baue ok du passt hier ich baue hier ey warte mal lass mal das hier offen lass das offen dass wir so nebeneinander sind oh 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 direkt hier vorne warte warte wenn die in haus sind wenn man treffen würde dann schon da hinten warte warte nicht pushen ja hab ich beide ich hab ja es lebt nur noch einer oh je können wir denn bitte mit fallen töten ich seh ihn sogar ok lass mal so tun als würden wir ihn nicht sehen nein ich poste dann tötet er mit fallen obwohl nein komm lass mal lass dir mal lass dir mal so ein bisschen spielen mit uns trifft ja sowieso nicht äh die schnappte da oben oder bekommt einfach ein slide von mir einfach mal den loot job er hat jetzt passiert ja er wird jetzt erstmal hier können wir einfach den loot job was soll nein darauf habe ich wieder kein bock der trifft nix ah warte warte 2 ja kommt schieß mich er hat auch ein raket besser pass auf ich habe die kommen ja wie dumm der ist dass er einfach denkt er könnte besiegen aber lasst mich okay du musst herkommen ich weiß erwarte mal sowieso die zone kommen ich weiß aber kommen rocket rights ist geiler kommt hier ja juckt ihn halt gar nicht da bekommen gleich das neid von mir was bringt ihn das ich wollte jetzt kommen wir halt auf die schießt komm her hat es geht runter komm her komm her komm her timo komm her warte komm jetzt komm jetzt komm her schießt ich komm her komm her timo timo komm jetzt her ich schieße meine pakete komm her timo komm her 321 go ich wollte gerade schießen einmal der leben hast du werkelt als es ist aber ich wollte gerade er zwei drücken dann war stopp ja ich wollte ihn eigentlich so richtig mit loskopf töten aber ich hatte noch 55 aber es war guter kind aber wieso mit rocket alter mit rocket right ich kann das wohl gut oder das müssen wir öfters machen ich wollte eigentlich so noskopen oder die sniper töten auf der rakete aber dann war ich in der zone und da habe ich mir gedacht scheiße und dann habe ich noch übel sie falsch anpassiert so 50 falsch an ich bin kurz weg ne ich muss mal ganz kurz gucken ich bin kurz wieder weg bin gleich da warte ich bin suspend ist nichts ich bin ich bin ja ich komme so gar da kommt einer das wieder pressen da kommt einer so geht raus und ich nur so oder das da er denkt sich so ja ich habe ja kühls als leidchen hast du die richtige dort im ersten gegner der augen gegner ich habe nur verbände und ich bin tot einer p muss eine halle ich will nicht sterben ich auch nichts oh mein gott so kassiert brudi ja stimmt eine halle challenge ich war jetzt mit 1 hp gegen zwei gegner ich habe nichts zu bauen aber es sind trotzdem is schau ich will die moni ein hp challenge machst mit timo was mache ich mit ein hp challenge du musstest dir ins team man schon gar ich habe so ein revolver ja ich habe eine ding in der watt gebaut und dann brauche ich ein fenster hält schon der ist tot mit ein hp die gute alte sniper wenn man es sagen würde ich gern mehr an lagerfeuer oh mein gott ich habe ihn getötet ist er ganz tot ernst ich meine dessen gegönnt und muskete dafür liegen was ist er behindert also wenn du mich siehst bist du krass ich baue so eine band gar ich bearbeite den fans und die mit der headshot halt mit revolver headshot ich musste den dort auch erst mal punkten tactical machen also wenn du mich spielt jetzt auch auf kampf nein ich stand deswegen mache ich ja die taktik einmal punkten und dann beim teckel so ein spurt kämpfer von körper heil nico ich gehe die zone und ich koste die schatzkarte aufs lobby chance gefunden ich schon wenn es nicht weiß dann sage ich es dir perfekt digga was dann hat mini schilder und ein paar und eine dinge zu bekommen nico kann man sagen ich habe jetzt 175 okay danke dass du mich schild abgibst danke dafür bladi war es doch weg also der stern falls du sitzt ja auch ich bin dumm das stern ist hier hier sind ich bin mir lud und ich habe als 31 schuss für musketen können wir hast du noch selber schoss glaubt schon der muskete habe ich öfters mal headshots verteilt habe ich leider ist ja ich hab dir noch gar nicht geöffnet linja sein vater nichts nico das habe ich schon immer gewusst ich weiß du willst gut das sein gut sein aber bis es halt nicht ich habe die schlechteste sein bei den gesamten spiel weiß dass ich habe automatisch schlechteste waffen spiel brauchst du zweiter ich habe achselst du ja ich habe 28 jetzt ist eine snipe ein bisschen mehr als nicht hast du händ keine was dann so bitte haben sie impuls bin ich bin höher nico bei beides bei stuheit bei level und was ich bin 59 oder so schaue tivo normale menschen bauen sich nach oben schaue ich mache es so schon mal als ob ich dachte ich habe gedacht vielleicht wurden die dinge halt nicht gesündet was dann hast du die elhäuser können mir gerade sie war nicht dass die kummer die lassen diese scheiße die lassen paletten einfach mit 50 hat mir noch stehen wie sind ich kenne auch leute die lassen kleine bäume stehen mit 50 wenn sie best bist ja fett würde ich jetzt nicht sagen aber okay ich war mal so richtiger ninja player denn ich auch ein ninja niveau gespielt ich auch mal aber du bist leider kein ninja rat mal ich will abonnenten hat ninja aber habe ich will er abonnenten hat oh mein gott was liegt hier bitte blut hier liegt noch folge los blut blau was tut 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 ich habe ich kann magic magic ich nico ich gibt dir gleich eine was ist hier passiert blut ich habe 28 ja ich habe 28 auch mit der muskete kommt man da schon seit der kugel bei her ich habe noch 20 dann ist es sowieso scheiße mir egal das wird zuzug geschrieben geschrieben du esel er ist auch schlecht in der schule 24 wie du mich hast gestoßen hättest du nicht heute passiert hat dann dann hätte ich schon wieder was und floppy hast du schluck die blöde ich brauche oder so was ja du bist ein noob erlotte ich bin nein ich bin einfach zu krass war kein job alles klar ist hier passiert sind ja kein schaden alle gestorben oder was ist das hier bitte ganz sicher alles selbst umgebracht ja ich würde das stimmt so hier abgelaufen die haben sie getötet erst runtergefallen gestorben ich frage mich aber wo die gegner sind ich schaffe uns dreimal hintereinander zu gewinnen ich sehe gegner genau bei dir nein die sind ein bisschen weiter weg ich bin gar nicht bei dir komm lass die pushen die sind nicht gut siehst du die wo sie sich eingebaut haben ich bin gut bin auch gut ich bin gut ich bin gut ich bin gut headshot headshot wo zum hänger siehst du die denn da wo gebaut wurde einer ist ganz tot das sieht doch ganz so nach haus von der seite von der seite von der seite kleiner hund ist er tot ja mein lud blut du schmude du bist so ein kleiner hund ja gönner hier anstatt die boogiebombe hat irgendjemand anderes einzusetzen du hast du die nicht behalten die boogiebombe war ja komplett dumm ich wollte ein lud ja klar du hättest sie doch auch gekriegt ich wollte doch du bist gar ich wollte sie nicht behalten hier liegt der blau hörst du übrigens ich weiß dir wie schickt mit gelegten hättest du vielleicht irgendwie verwenden oder so nein nein ich bin tot ich sehe verbände hier bei mir ich bringe sie dir mit nein schon ehrenmann ich bräuchte mal eine bank kann oder so aber auch bei mir sind geht ja oder ist es genau so schießen dass er trifft warte genau so ja hier bei mir ja deine großen haus sind geht noch und tot was sind die gut weil ich habe einen blauen hat ich hatte einen blauen granatwürfer jetzt habe ich sie wollen ich habe auch nie ein paar grün endlich ja jetzt hab ich mal ja aber nur ein bisschen ich habe auch nicht so viel ich habe gerade moni 48 den anfang immer mit metall ich habe aber kein metall ich habe nicht mal holz echt ja warte ich hab dir ein bisschen kommen ja ja warte 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 ich schieße meine teile base kaputt ist es eher ernst als ob sie nicht treffen er hat fast ein hit mit slide kommt er baut sich oben aus bist du wo zum fixen zwei schiff die geschichte ich sehe aber kein nimmst du dein slurpy ich habe gedacht dass das lovey weil das habe gesagt ist ich habe meine lud kuckuck in der wand hinterher hast du verband mitgenommen hinter dir nein kann ich sagen dass sie eins das ist keine ahnung ich habe aber noch ein jumpers hast du auch einfallen du brauchst die pyramide base dein ernst ja 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 ich glaube so der halb pyramide base aber nur eine halbe aber überhaupt nicht ich habe gar nicht zu bauen keine materialien hier hat wie viel holz hast du 38 aber stellen habe ich viel eigentlich in einer stunde für nicht spielen kann ich damit hast du eine richtige one shot sniper hey bitte spieler was nur noch zwei gestern echt so schnell ja und da soll ich die japan pläsen das sind die glaube ich da hinten ja glaube ich auch kann ich auch das dach landen kummer ja stimmt ja fest abgeschlossen kann man machen die frage ist nur wo sind sie weiß ich noch nicht mal schauen locker solche kämpfer glaube ich auch mal schauen wo die nächste sind sie egal die müssen sowieso zu uns also was soll das beste wärmer wieder in der zone sind habe ich gefühlt der busch ist es ich habe das gefühl sind beim job ich auch da kann ja ein bisschen rausfliegen dann wieder rein ich weiß manche ganze zeit wir sind so offensiv sogar das war mir nicht das scheiß jumpet geräusch ich denke ich denke ich denke ich den gegner kommt ich habe mich gesehen oder 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 ja verbände hier er würde der hat nun normale meinstags scheiße was denn ist bei mir und so schon warte ich tätig mit fallen ich mache das schon passiert schon existiert denn ganz easy mit fallen außer schlägt runter wir spielen ein bisschen habe ich ihn mit muskete töten das wäre auch ein geiler ich mache einfach einen no-to kommt man, ich töte ihn nein man, ich hätte in die Falle gehabt, nur die Falle kaputt geschossen ich hatte zwei fallen, aber die eine ist irgendwie weggeglitscht wenn wir jetzt noch einen Sieg schaffen, dann haben wir drei untereinander sowas hatte ich fast noch nie ich auch noch nie und geschafft hast du es mit mir ich bin kurz wollen wir wieder plässend weißt du was wir uns gerade denken und die Gegner und weißt du was die Gegner sich denken oh einer hat Aufwecker bei mir mach wieder Aufwecker, du Idiot mach Aufwecker wenn nicht du, der Gegner diese Runde schafft ihr auch please ja auch gleich raus, geil folg mir mal wohin links rüber links rüber hier ist tieferes gebürge jetzt ist allerdings punkt auf dem berg ich glaube noch nicht mal dass ich da ankomme noch im fliehen so weit unten oder nicht ich komme noch an ich gehe es kaputt da raus ich gehe schon dahin man nein schon die muss sind noch einer hin da gibt noch einer hin Nigel und Timo sind hack hater geschrieben ja so wo ich hole mir mit Sniper kann ich ihn nicht töten ich habe epische tactical direkt nice ich glaube ich ich glaube ich sterbe nein was du nicht probier's okay ich werde sterben er hat ne tactical oder was das ist direkt neben mir alter baut sich jemand hier hoch für mich können wir erstmal midi schau mal auf meine hp anzeige ja gegen zwei gegner mit chargete auf der piste gekämpft nein ich habe glaube ich ein problem hätte ich ein headshot bekommen wäre ich tot wieso was ist nein danke das bin ich jetzt ja was baut oh gott vor denen habe ich dich gewarnt nein die sind nicht bei dir die sind da ganz weit hinten ja 10 hp ey gib mir impuls bitte oh gott mit impuls wollen sie sich ja können wir das mit ich habe ich habe hier er schlug der ist wirklich so junge ja weil ich habe jetzt wieder ein zu ein bidi halt jetzt habe ich 1 ein bidi habe ich hatte da noch irgendwas anderes gutes erst dann hast du mir richtig ich denke echt habe ich dir beide geht es geht auch so ich nein der auf dem dach mit ihr war so habe ich richtig das ist die und doch nichts doch ist so wenn man kommst du hast du eher schluss für mich habe nur 21 ja schon ein bisschen und schottgemonie habe ich zwölf da vorne wir haben gerade zwei mal bin und kommst du in partie ja sie ist auf 2 ja warte ich kann mir warte gibt mir gewirr 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 warte ich warte ich stehe kurz die partie auf 3 ich finde kommt ihr müsst auskommen ok wenn nichts connected ja können wir dann team wie sie beide schild haben noch tun ein wo ist du alle tot freund aus meiner klasse ne das ist ähm freund sind rüder freund ne das ist nicht nur voll ne 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 äh das ist eine ich habe selbst ein grünes scheiße lag da irgendwie noch ein grünes hier ist ein komm her zu mir hast du ich bin mir die jungen hat er nicht gelohnt sexy kann ja in meiner aus der kiste gezogen kein bock auf finden also kein bock auf ihn ja später vielleicht mit zu ja nicht davon aber wieder gefeiert hat ja ballast ohne last ohne ins lieber besser ja oder wirst nicht weit weg nach schauen wenn die zone weg ist und die kommt schon aber wir haben doch einmal gespielt finden und ich bin 20 box ich weiß du kannst die dinge zu haben ich habe schon claus ja hier ich habe wie viel gehst du einen ich habe auch 88 woher hast du die kids ich habe gestoppt ja ich merke jetzt zwei oder drei gestillt also ich habe auch noch ein puls kann also wenn es wir nicht in die zone schaffen impuls kannst du keine mitnehmen oder hast du granat moni wenn dann gibt mir dann der zone ja gibt mir dann in der zone verbände auch das reicht nicht mehr so gut wie es immer eigentlich die sind jetzt nicht mehr so gut wurden genervt ich habe verbände die schuld ja nicht aber ich bin noch voll hundert ich glaube ich kann mir so eine blaue börse aber ich nehme die über dem 60 vor mir gegner vor uns sind gegner passiert schön dass sie laufen lassen laufen hier ja hier verbände so easy anjagen ja ein verband oder zwei ich wollte die eigentlich nicht weit und dann kannst du einschließen ist egal da einer da oben ich komme ich was hat er dort beim sein kopf schweben was machst du da buschen da kommt nicht pushen er kommt ich weiß er hat mich gesagt ja sie wollen mich wünschen ja der links ist low hat kein schild der linke da biegt er konnte nicht hallo felix er pusht er sieht doch wo ich bin weiß ich sag wenn der andere kommt er ist da er kommt er kommt der push der push rechts 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 war der hat ja richtig getankt du musst mehr schauen den fall du musst mehr bauen ich baue viel ich habe ich viel gebaut nur dass er war so frei und da habe eine technik auf dem kopf schuss 50 schaden immer ja ist egal ich bin gleich wieder da ja warte ich bin gleich wieder da drei sie geht aneinander man kriegst nie gebacken aber der rost meister ist war richtig gute snipen ich kann nicht er hat mich halt so krass getroffen aber den anderen habe ich schön low gemacht oder ja ja kommt mal her kommt mal her lehm ja 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 be da ja 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 Was ist denn? Was denn? scheiße was denn du hast automatisch printen auch ausgemacht oder timo er machte zu einer fluke dass die wie ich blockiert wurde landung ja timo habe nur geholfen bin ich ja geladet ja ja auch wieder da ja aber lebt noch monatlich und wie habe ich das überlebt das habe ich mich auch schon gefragt ich stehe hier bei spaß mir als ob das nicht gemütet ist doch wird gefaltet Ich weiß nicht, was ich würde passieren Es ist kein klar, wie ich noch am Leben nehme. Ich auch nicht. Ich habe es nicht. Ich mache es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Was denn? Ich habe heute immer noch nicht gesucht. Sorry. Ein Raketenwerfer. Äh, Nigel, hast du hier irgendwas abgeklärt mit denen aus Fortburg? Hm? Äh, ja. Dann wirst du mich verarschen. Bist du auch was ist? Ich habe einen verdammten Raketenwerfer. Ja und? Und ich lebe noch, obwohl ich direkt neben dem Fight war. Ja und? Wir haben halt dich gelassen, weil du wo AFK warst. Das stimmt nicht, ich habe mich einfach noch nicht gesehen. Weil das ist ja wirklich so. War bestimmt so ein Blindfisch, Alter. Hm, glaube ich auch. Oder sie sind einfach geistig behindert. Ich bin ein bisschen guter Loot. Echt? Ich auch, nur mit fünf Kits. Hm, da hast du noch ein Sturmwerfer für mich übersichert. Ich kann keins mitnehmen. Ich habe aber echt einen guten Loot. Hast du Raketenwerfer schoffen mit wenigstens? Ich habe zwölf Kronenatwerfen. Alter. Zwölf Schuss? Ja. Achso, bist du da? Ich habe einen Raketenwerfer. Mein Rock-It-Ride. Ja, ich sehe endlich Gegner. Oh, scheiße. Ich kann euch wieder hochbauen. Okay, geht klar. Hat er zwei Heels und Headshots. Ach, da hinten. Komm, ich tauschen wir. Ich will nicht tauschen. Ich gebe wieder Raketenwerfer. Und, äh... Ey, hier liegt wo nicht... Ähm... Möchtest du denn rüberfliegen? Ja, aber ich habe euch die Sturmwerfer oder sowas. Hm, hab selbst ganz. Halt, ich hab schon eins, aber... Nur für mich. Kann ich mir das kurz ausleihen? Ja, aber schwer. Richtig jetzt... Nee, geht mein Sturmwerfer bitte wieder. Bleib stehen. Komm, steht nicht einfach rüber. Ja, woher? Komm her, komm her. Hier. 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 Eben die Base hier. 3, 2, 1, go. Weil du ihn jetzt tötest. Auch schade, komm. 3, 2, 1, go. 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 Ich hab dich gesehen! Nein! Nein! Hast du ja noch... Er hatte auch einen Raketenwerfer. Er hatte einfach auch einen Raketenwerfer. Er hatte einfach auch einen Raketenwerfer. Nein. Äh, nein. Ich bräuchte dringend. Nein, ich bräuchte dringend. Das ist der tote Typ? Nö. Aber ich bin... Aber ich bin gleich tot. Nichts zum Bauen. Nö. Hä? Oh mein Gott, der hackt! Niemals. Der hackt einfach. Der kann sich teleportieren. Pass auf. Er kann sich teleportieren. Kein Scheiß, aber der kann sich teleportieren. Der ist runtergesprungen vom Haus und ist wieder weg. Da oben gewesen. Richtiger, dreckiger Hacker. Guck mal, er springt wirklich vom Haus runter. Da unten. Und ist dann einfach wieder oben. Geht töten. Er heilt sich gerade oben. Ja, wo dann? Oben! Ganz oben. Und da hat einfach richtig viel getankt. Er hat 5 HP. Junge, was? Ich hab dir gesagt, der hat schon verpönt. Ohne Scheiße. Nein. Muss nachladen! Habt ihr nicht getötet? Was? Kein Bock. Na, 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 na. Ich glaub, hab ich keinen Bock. Ich hab keine Pussy aus dem Markt geben, einfach. Na, 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 na. Na, 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 na. Ich hab nichts mehr zum Bauchen. Da hab ich nichts mehr zum Bauchen. Ja, naaa. so lange kommen die wirst du ich weiß Ich weiß. Wo rein? Hier? Was ist denn da? Direkt finishen. Haben die auch gemacht. Wir haben Raketenwerfer und Ballerei. Schön. So, aber pass auf Fallen auf. Wo sind die Frage ist? Tod. Ja, ja, ich weiß ja, aber wo seid ich mit mir stauben, meine ich? Das frage ich mich auch. Ah. Ja, da. Nein, da hat sie nicht zu wenig Loot. Auch hatte da... Ach, Kills, Alter. Ich muss mal wieder besser werden, ey. Ich hab mal einen. Hä, warum hab ich eigentlich noch zwei? Keine Ahnung. Soll ich mir Medikip gehören? Ah, nee. Okay. Außer das zwei. Nee, ich hab nur eins. Nee, da war halt. Ich kenne sowas aber richtig dumm. Ich hab zwei Kills eigentlich schon nicht einen. Ah, ich hab zwei Kämpfer, ja. Dann gönne ich mir einen Kämpfer, ja. Mh. Ey, aber nein, warum hab ich... Ich hab einmal den, ähm... Dingens, den Typen gedauert, den Typen... Die Kuppel von dem Twitch-Typen hab ich gedauert, und dann hab ich den Twitch-Typen getötet. Hm, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist eben egal, was ihm geht. Boah, der Steinab, der ganz große... Da kriegst du hundert von. Boah, der ist frische Reste-Fresser, Junge. Das sind unsere Reste-Fresser, Alter. Die, die laufen einem die ganze Zeit hinterher, ob du irgendwie die ganze Scheiße... Aber er hat keinen Schild mehr. Aber das sind so Reste-Fresser. Das heißt... Reste-Fresser heißt das, ähm, den Lud, den du wiegen lässt... Ach so, den nehmen wir sie dann hinterher. Genau, den nehmen sie dann, um besser zu werden, hat denn gut. Nee. Diese... Ja, Schuss. Die ist eh komplett kacke. Ich weiß, hab ich noch, bleib ich oben. Ja, aber welche Reste-Fresser. Das hab ich früher auch gemacht. Oh, schien. Oh, schien. Egal. Raketenwerfer in die Bude rein. 3, 2, 1. Da sind sie. Würde es genau ins Fenster reinschicken sollen, wenn sie beide tot. Ich hab nicht zu bauen. Ja, war rein. Was? Er gibt mir einen Headshot. Was war mit den letzten? Das war mit den letzten. Ja, mit den letzten. Sie haben zwei Kills. Ja. Ich hab dir gesagt, dass die Reste-Fresser haben nicht viele Kills und, äh, haben keine Skills. Aber dann schon gelöst. Aber wie lächerlich der Schuss nicht connected hat die ganze Zeit. Hey Nigel, lass mal wieder ein auf Brücke machen, Alter. Ja. Die Brücke bringt Glück. Ich sag's dir. Wir haben bei der Zone und wir kriegen bestimmt mega guten Luft. Und dance. Predictive ich schon. Aber lächerlich keine Rakete schon seit connected. Ich bin immer so knapp, Alter, so knapp am Leben gewesen. Und der eine Tür hat mich einfach gewohnt. Und hat sich teleportiert. Ich hab' ich gedacht, ich kotzgleich. Warum muss man sich teleportieren? Weil man keine Skills hat, oder was? Äh, ja. Guck mal, er springt runter, um einen zu töten. Hat ihn getötet, ist so, hat halt falsch angekriegt, habe ich mich echt so gefragt. Warum? Ähm, hat ihn getötet und war direkt wieder oben bei mir. Hast du gesehen, wie er runtergesprungen ist? Ich hab' ihn umgebracht. Nö, geht nicht. Doch, hab' ich. Er ist einfach gestorben. Nein, er ist dann gleich getötet. Ich weiß, aber das hast du auch tatsächlich getötet. Ich weiß, aber das hast du auch tatsächlich getötet. Ich weiß, ein Schuss und dann war er tot. Ähm, was soll ich mir? Oh, wenn du weg waren, du? Äh, Sujuk. Äh, Sujuk. Äh, ne, Döner. Döner. Bist du Sujuk, Junge? Hä? Bist du Sujuk, Junge? Ja. Ey, genau bei der Brücke da auf dem Haus ist so ein Punkt, wo du landen sollst. Ich weiß, den habe ich schon. Oh mein Gott, der hat den Drachen. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Oh, wie geil. Der geht zu mir? Oder landet, weil der geht zu Dingens. Geh auf den Berg, geh auf den Berg, da hast du auch eine Quest abgeschlossen. Habe ich schon. Echt? Mh. Muss ich dann auch noch mal machen. Aber ich vertraue, dass du mein Leben an. Der hat auch direkt getötet hast. Ja, eine. Wir bauen noch einer. Der Tod, glaube ich. Nein, nicht für mich. Habe ich ja geschafft. Was? Ja, wenn er mit Granatwerfer in das Haus ganz nicht alles wegballert. Was soll ich tun? Aber du hast deinen Typen gefinisht, dein Buckel. Nö. Aber... Merkst dir. Immer vermischen. Nein. Wenn du in Veit bist, dann nicht. Doch, machen die doch selber auch immer. Ja, ich aber nicht. Ich geh jetzt direkt pushen, alter Scheiß auf alles. Außer das ja, das muss nicht sein. Haft soll nur eine Pistole und eine Pumke an, aber es würde klappen. Wir brauchen nicht viel mehr. Nein. Ich war halt oben und da hat der ganze Zeit mit unten mit Granatwerfer eingeschossen. Das hilft tun. Hm. Keine Ahnung, war aus dem Fenster springen. Nein. Und da war kein Fenster. Warte, 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 gleich kommt er da raus, äh, er kriegt er, er kriegt keine Richtung. Okay. Merk ich mir. Hä? Hä? Mäuschen, haha. Wo zum Fick ist der hin? Ah! Ist aber wer anders. Haha. Ja, komm geht Faith, weiter bringen dich alle gegenseitig um. ich habe sie sterben ich verstehe ja warte ich gehe kurz was trinken ich weiß ich bin zehn meter von meinen ich gehe ich gehe